Ein Muskelkater ist eine leichte Muskelverletzung der Mikrofasern. Eine Muskelkater bekommen Sie durch ein zu intensives, zu langes oder ein ungewohntes Training. Der Muskelkater kann einige Tage dauern, bis er abläuft. Einen Muskelkater kann ich vermeiden, indem ich mich gut aufwärme, die Trainingseinheit nicht zu lange und zu intensiv mache und nach der Trainingseinheit mich gut abwärme, dehnen und auslaufen gehe. Sollte es dennoch einmal zu einem Muskelkater bei Ihnen kommen, rate ich Ihnen, vergönnen Sie sich mal eine kurze Pause. Nehmen Sie ein heißes Bad, gehen Sie in die Sauna, vergönnen Sie sich eine Massage. Sie können auch Wechselbäder machen oder auch leichte Bewegung, denn durch leichte Bewegung wird der Muskelkater auch sehr schnell wieder beseitigt.